Mit Disco Elysium betritt ein komplexes und vielseitiges Meisterwerk die Bühne, das sich in Drogenexzessen, intelligenten Dialogen und einer packenden Handlung suhlt. Aufgepasst, liebe Leute, hier wird Geschichte geschrieben. Die Historie des estnischen Studios Zaum ist fast so absurd wie Disco Elysium selbst. Was als Zusammenschluss aus einer Vielzahl an Künstlern entstand, entwickelte sich schließlich zu einem 20-köpfigen Entwicklerstudio. Dessen Ziel? Ein komplexes und einzigartiges Detektiv-Rollenspiel entwickeln. Disco Elysium unterscheidet sich grundlegend von anderen Rollenspielen und kreiert einen wilden Mix aus Point-and-Click und Oldschool-RPG. Wer sich auf das Spiel einlassen möchte, sollte allerdings nicht lesefaul sein. Um das Phänomen rund um Disco Elysium zu erklären, fangen wir aber erst einmal bei Null an. Im Charakter-Editor wählen wir entweder zwischen drei vorgefertigten Archetypen oder erschaffen einen ganz eigenen Charakter. Unsere Spielfigur können wir dabei mit Hilfe von vier Attributen anpassen. Daraufhin wählen wir noch eine von 24 Fähigkeiten aus. Manche von ihnen, wie Logik oder Empathie, sind selbsterklärend und ein fundamentales Werkzeug im Detektivalltag. Andere sind komplexe Charakterzüge, verständlich und kreativ verpackt. Inland Empire stärkt unsere Vorahnung und unser Bauchgefühl, führt aber auch laut Beschreibung zu Träumen im Wachzustand. Sich durch diese riesige Anzahl an Möglichkeiten durchzubeißen, vermittelt ein Gefühl von Freiheit, welches wir so schon lange nicht mehr im RPG-Kosmos empfunden haben. Spielen wir einen sehr gebildeten, intellektuellen Detektiv, dem die eigene Psyche so langsam flöten geht? Oder doch lieber den muskulösen Disco-Hau drauf, der gerne Karaoke singt und in einem Sumpf aus Drogen, Partys und Alkohol versinkt? Die Wahl liegt ganz bei uns und selten war sie so individuell wie in Disco Elysium. Disco Elysium setzt gleich zu Beginn auf eine fordernde Sprache mit viel Feingefühl für Humor und Poesie. Wir finden uns in einer schäbigen Herberge und einem noch schäbigeren Hotelzimmer wieder. Letzteres ist unsere Schuld. Unser Held ist nämlich am besten als Häufchen Elend zu beschreiben. Ein Trunkenbold, der mit einer monströsen Kater erwacht. Das geht sogar so weit, dass uns simple Antworten auf Fragen wie Wer sind wir oder Was ist unsere Aufgabe einfach nicht in den Kopf kommen wollen. Das klingt im ersten Moment nach dem klischeehaften Rollenspieleinstieg, entpuppt sich aber als die einzig richtige Entscheidung. Die Freiheit, die Disco Elysium uns gibt, kann sich nämlich nur so richtig entfalten. Als Alkoholleiche quälen wir uns durch das Hotel, suchen unsere Klamotten zusammen und treffen am Ausgang auf unseren Kollegen Kim. Der gibt uns endlich mehr Einblick in die Situation. Wir sind ein Cop und sollen den Tod eines erhängten Mannes aufklären. Bevor wir, wie es die Etikette erfordert, unserem neuen Kollegen unseren Namen verraten, spricht unsere Konzeptualisierung mit uns. Laut der ist hier und jetzt der perfekte Moment, sich einfach einen auszudenken. Die verschiedenen Stimmen in unserem Kopf sprechen mit uns und kreieren so dermaßen gelungene Dialoge, dass wir mehrfach innehalten mussten. Manchmal warnen sie uns vor geplanten Aussagen, an anderer Stelle wollen sie uns zu einer Entscheidung verführen oder analysieren das Verhalten unseres Gesprächspartners. Disco Elysium ist nicht vollkommen vertont. Die ersten Sätze eines Gesprächs zwar schon, danach ist aber Funkstille. Die Sprecher gefallen uns meist verdammt gut, daher wäre eine komplette Vertonung natürlich schön gewesen. Ein großer Makel ist das aber nicht. Ist unser Darsteller in der frustrierenden Fiktion anfangs noch ein unbeschriebenes Blatt, entwickelt sich durch ein gut getaktetes Krimi-Schauspiel ein tiefgreifender Charakter mit viel emotionaler Schlagkraft. Gibt es vielleicht sogar einen Grund für seinen Alkoholkonsum? Beinahe jede Figur in der Welt regt zum Nachdenken an, selbst nachdem das Flimmer des Bildschirms schon längst erloschen ist. Doch so toll Disco Elysium, dessen Charaktere und Dialoge auch geschrieben sind, einen Nachteil hat die futuristische Kapitalismus-Dystopie. Wer nicht wirklich sattelfest in der englischen Sprache ist, der tut sich schwer. Alle Dialoge sowie das User-Interface sind nur auf Englisch verfügbar. Und mit reinem Schulenglisch könnte die Reise etwas holprig werden. Doch keine Sorge, der Entwickler hat sich bereits geäußert und neben Konsolen-Ports sind ebenfalls mehrere Übersetzungen geplant. Die Welt von Disco Elysium ist die Stadt Revershall. In Revershall ist jede Regierungsform kläglich gescheitert, die in der Vergangenheit liegende Revolution zerbrochen und heute gilt die Stadt als Paradies des Neoliberalismus. Billige Arbeitskräfte gibt es zuhauf und der Markt allein formt und bestimmt die Gesellschaft. Im Kern ist Revershall ein Schattentheater. Es gibt viel Licht und Schatten, die große Kontraste bilden und fester Bestandteil der Spielwelt sind. Arm, prächtig, zerbrochen, entehrt, verloren und gefunden. Revershall ist alles und gleichzeitig nichts. Irgendwann war die Stadt dann mal ein prunkvoller Ort. Wann das war, wissen jedoch nur noch die wenigsten. Jeder einzelne Bewohner hat einen glaubhaften Zweck und eine Berechtigung, Teil des Spielinhalts zu sein. Jedes Gespräch ist ein Genuss und jedes Treffen ein Gewinn. Dabei traut sich Disco Elysium, auch ernste Themen anzusprechen. Rassismus, Politik, Gewalt in jeglicher Form, sowie Drogen- und Alkoholmissbrauch und ihre Folgen sind nur einige Aspekte. Das alles ist verpackt in einer trotz ihres Drecks wunderschönen Szenerie. Revershall erinnert an ein altes Ölgemälde und versteckt in jeder Ritze spannende Details. Jedoch nicht wie man es von den meisten anderen Spielen kennt. Es sind die Menschen und die Gesellschaft, die zum Erkunden anregen. Sammelfreunde kommen trotzdem nicht zu kurz. Denn überall gibt es Ausrüstung und Objekte zu finden. Kleidungsstücke beeinflussen durch Boni unsere Fähigkeiten, Heilgegenstände retten uns vor dem Tod und Drogen stärken unsere Gewinnchancen für einen gewissen Zeitraum. Das Spielprinzip beruht nämlich auf prozentualen Wahrscheinlichkeiten. Disco Elysium verzichtet beinahe vollkommen auf Kämpfe. Zwar kommt es durchaus in der einen oder anderen Situation zu physischen Aktionen, deren Erfolg wird aber, wie auch bestimmte Dialogoptionen, durch eine Wahrscheinlichkeit bestimmt. Das Grundkonzept erinnert an Pen & Paper-Abenteuer. Unsere Fähigkeiten, Attribute, Entdeckungen und auch unsere Kleidung entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Scheitern ist aber nicht das Ende der Welt. Oft öffnen sich uns dadurch interessante neue Möglichkeiten. Ein zusätzliches Spielsystem ist das Gedankenkabinett. Während der rund 50-stündigen Spielzeit stolpern wir immer wieder über sogenannte Gedanken. Jene können wir im Menü aktivieren und mit ein wenig Zeit zu Ende denken. Solche Gedanken können uns mit Boni und Fähigkeiten belohnen, aber ebenfalls bestrafen. Eine Warte- oder Meditationsmöglichkeit gibt es übrigens nicht. Disco Elysium hat einen strikten Zeitplan. Zu Bett gehen können wir erst ab 21 Uhr mit manchen Leuten Kontakt aufnehmen nur, wenn wir uns an ihren Zeitplan halten. Die verschiedenen Einzelteile bilden eine hochkomplexe Spielwelt, die sich wunderbar lebendig anfühlt. Disco Elysium wirbelt im Rollenspiel-Genre jede Menge Staub auf. Dermaßen tolle Dialoge und Charaktere und eine so komplexe Welt haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Die Freiheit, die die Entwickler den Spielern geben, ist einzigartig. Gleichzeitig sollte man sich aber dessen bewusst sein, dass ein Großteil des Abenteuers aus Lesen besteht und die Texte in anspruchsvollem Englisch geschrieben sind. Wer darauf keine Lust hat, für den ist das Spiel nicht geeignet. Am Ende bleibt nur zu sagen, wer sich auf Disco Elysium einlässt, der wird mit einem der außergewöhnlichsten Spiele des Jahres belohnt. Was ist eure Meinung zu Disco Elysium? Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns auch gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und schaut euch unsere Vorschau zu Diablo 4 an für die volle Ladung Rollenspiele. Lasst uns eure Untertitelung des ZDF, 2020